Hallöchen zu einem kurzen Update von der DJI Mavic Air. Nachdem ich sie eine ganze Weile nicht in die Luft bekommen habe, hatte ich ja gestern die glorreiche Idee das Ding mal ohne das Firmware Update laufen zu lassen. Dann ist sie auch geflogen. Probleme nur, die Kamera hat nichts aufgezeichnet. Das zeige ich euch gleich mal. Die Aufzeichnung startet dabei, ich habe 0 Warnhinweise bekommen. Und irgendwie, warum fliegt die auf den Kopf? Keine Ahnung, man wird es sehen. Man muss wohl unter Android genau das Update erwischen, damit es auch funktioniert. Ich habe es jetzt noch mal getestet, zu Hause. Ich werde morgen noch mal das Ding fliegen lassen. Und dann schauen wir mal, wenn alles okay ist, behalte ich sie. Und wenn das morgen nicht funktioniert, dann geht es echt zurück. Weil für das Geld kann ich schon ein bisschen was erwarten, was bis jetzt noch nicht gegeben ist. Wahrscheinlich liegt es an mir. Ich schiebe es einfach mal alles auf mich. Nicht auf die Drohne. Einfach ich bin zu blöd. Und das passt schon. Okay. Wir werden sehen, was morgen rauskommt. Wir sehen uns morgen. Ciao.